Die Leidenschaft zum Design, zur Geradlinigkeit, zu Minimalismus, die war schon in irgendeiner Art und Weise immer vorhanden. Gestalterisch tätig sein, die Dinge im Detail zu erfassen und einfach auch Ästhetik und Funktion zu verbinden. Die Fold als Küche, die sozusagen keinen geometrischen Grundformen folgt, sondern eine ganz selbständige Form bekommen hat, ist der Gedanke sehr naheliegend, aus einer Form auch eine Produktfamilie zu schaffen. Und im speziellen Fall haben wir zum Beispiel von der Fold eine Kollektion mit Vasen, mit Beistelltischen, mit schönen Accessoires, mit Tabletten entworfen, die wir in gleichem Material produzieren sozusagen und die eigentlich fast wie der kleine Bruder und die kleine Schwester zum Produkt gehören. Die Fold Vase ist ein Produkt aus einer Produktfamilie, das wir entworfen haben, besticht sozusagen durch ihre spezielle Form, durch ihren speziellen Grundkörper, den es in unterschiedlichen Ausdehnungen gibt. Es ist sehr speziell, wie es gefertigt wird. Also wir benutzen eine Technologie, in der das Metall gefräst wird und gefaltet wird. Also es wird hier nicht irgendwie verschliffen, sondern es ist wirklich aus einem Stück gefertigt. Auch diese Dinge, die man vielleicht nicht so auf den ersten Blick sieht, aber es muss irgendwie einen schönen Abschluss haben. Auch der Klang, wenn man es abstellt, muss besonders sein. Das darf nicht irgendwie hölzern oder hohl klingen. Wir haben drei Standardgrößen in sechs verschiedenen Materialien. Besondere Metalle, von Tombaq über Nickel über Kupfer. Zu der Vasenkollektion gibt es natürlich auch Tabletts. Es gibt Kerzenschalen. Sollen auch gemeinsam funktionieren. In unterschiedlichen Materialien kann man sich das gut vorstellen als Arrangement an einem Tisch zum Beispiel. Man merkt auch, da ist Masse dahinter. Vase, Tablett gehört im Grunde in den Materialien zusammen. Sechs verschiedene Materialien, drei verschiedene Standardgrößen und auch in der Parametrik in jeglicher Größe möglich zu produzieren. G 우와, da ist toll, da ist es. Einiges Z. Untertitelung des ZDF, 2020